Ich wünsche euch allen zusammen einen richtig schönen Abend. Genießt es zusammen und ich meine, dass wir das Feiern wirklich verdient haben. Ihr habt das verdient, dass wir wirklich es richtig einen angenehmen, guten Abend haben können. Insofern alles, alles Gute und bleibt gesund. Was wir heute Abend feiern, wir feiern unser Mitarbeiterfest. Nach zwei Jahren endlich das erste Mitarbeiterfest wieder und ich glaube, es wird heute Abend ein toller Abend für uns alle. Ja, wir haben uns alle so lange nicht gesehen. Wir hatten keine Weihnachtsfeier. Das fehlt total. Aus allen Bereichen sieht man alle Leute wieder und es ist einfach schön, hier zu sein. Also wir haben jetzt ja durch Corona schwierige Zeiten hinter uns und auch viele Veränderungen im Team. Und das Team hat super gut zusammengehalten. Und ich bin ganz stolz, dass wir diese schweren Zeiten jetzt überwunden haben. Und jetzt ist wirklich so eine Aufbruchsstimmung. Also in meinem Team bin ich sehr gut aufgehoben wurde, als ich gekommen bin mit Offenarme, dass sie auch auf die Pflege richtig geachtet haben. Wenn Problem war, ist es egal was. Die haben auf jeden Ecken uns unterstützt. Und jeden hat sich unterstützt. Und das fand ich toll. Und müssen wir jetzt zusammen feiern, würde ich mal sagen. Ich arbeite gerne in der Hane Holding, weil ich einfach die Menschen mag. Es sind offene und entspannte Leute hier. Und ich meine, seht euch rum. Alle sind gut drauf. Alle haben eine gute Zeit hier. Und das macht Spaß. Alles, ne? Alles, ne? Alles, ne? Bis zum nächsten Mal.